Las Vegas Fahrproduktion ist in Bad Kissingen von Fahrgästen auf die Beschilderung für die Abfahrten angesprochen worden. Eine 84-jährige Frau, 159 groß, erklärte mir, wie toll die Schilder für alte Leute hier angebracht worden sind. Ich sehe auch, es ist nur für Menschen mit langen Hälsen in Bad Kissingen. Vielleicht leben hier Straußenmenschen. Ich sehe auch, es ist nur für Menschen mit langen Hälsen, sondern auch für Menschen mit langen Hälsen.